Nein! Oh! Nein! Lass mich doch mal! Jetzt bin ich pingpong hier! Alter! Nein! Ich kann nicht, ich hab gar keine Waffe dran, ey! Oh, das hat viele P gegeben, ne? Hat das? Ja. Weiß ich nicht, ich hab noch nicht C gedrückt. Sollen wir das nochmal machen? Aber ich würd's mal gern mit Ada machen. Ada! Ja. Und warte, ach so, warte, bevor ich Ada nehme, ich mach die Farbe anders. Ich hab jetzt lila bekommen. Ada! So. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, dass viele gepingpongt werden. Ja, also mit Ada bin ich wohl besser mit dem Speer als mit den, mit den Pistolen. Töne Ahnung. Ich krieg aber auch nicht so vor. Ja. Meine... Mann, was springt denn der verfickte Zombie? Oh wow! Oh wow. Was ist denn der Zombie so gut, Alter? Ich weiß es nicht. Deine Fresse. Wir beide mitsperren. Ich finde meinen aber schicker. Ja, meiner hat aber eine größere Spitze. Meiner ist dicker, deiner ist länger. Ja, wenn man halt keinen hat, ne? Dann muss man halt mit sperren. Alter, was ist jetzt hier? Ey, ich werde hier rausgekickt von den Spastis. Fiss dich. So. Bis zu wie viel Welle sind wir eigentlich gerade gekommen? Weiß ich nicht mehr. Oh, 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 das war knapp, man. Der hat nicht richtig aus dem Leben gelatscht. Ah! Ey, warum? Geh nicht nach vorne. Bleib hinten. Oh, mir tun schon die Finger weh. Ja, man drückt da so veräumt. Oh, oh, hast du gesehen? Er kam, gespawnt, er hat mich sofort aus dem Leben gelockt. Was für ein Spastli. Alter, treffe ich überhaupt noch was? Sandra, was passiert, wenn du unten drückst? Nicht laufen, unten drücken und rechts. Probier das mal aus, wenn die Tübe zingen. Okay, versuche ich. Ja, ha, ha, ha. So. Oh, ich versuch mal. Natürlich sollte man auch drauf achten, ob einer vermuten kommt. Oh, das war knapp, man. Man muss nur treffen, ne? Mhm. Da. Zack. Hast du gesehen? Hab ich den voll wie hessige Birne gedonnert. Oh. Schön. Achtung. Aua. Der weiße Zombie verfolgt mich irgendwie. Was passiert bei der, wenn du runter machst und rechts? Ah. Uh. Ah. So lack. Ja, aber das ist ein doof, das dauert lange. Ah. Der weiße Zombie wieder von hinten. Hast du gesehen? Ja. Da ist immer die, dass die dann von hinten kommt, ne? Ja. Ich muss echt auf mich aufpassen, ey. Da musst du. Mhm. Ja. Ja. Oh Gott. Wir bleiben im hinteren Teil, ja? Ja, ich hab nur noch ein Leben. Achtung. Diese weißen Zombies sind die schlimmsten, hab ich das Gefühl. Oi. Ey. Mann, ich treff keinen. Ich treff immer nur das, äh, wenn die Wengi schon von dir. Hast du ihn gesehen? Er wollte schon wieder machen. Der scheiß weiße Zombie. Meine Finger. Ah. Ich hab mich grad so verkrampft, dass ich jetzt... Ah. Damara. Hast du gesehen? Ja, er kommt immer von da. Du musst da echt aufpassen. Meine Güte, kannst du uns angreifen, wenn ich das will? Nein, er hat mich. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Das will ich nicht. Äh. Äh. Ich bin raus. Schon wieder als erstes bin ich raus. Was war das denn für die Helikopter, Alter? Was war das denn für die Helikopter, Alter? Warte, 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 warte. Gib den, gib den. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Sind die Wärsen aus dem Weg gespuckt? Was ist mit dem? Mhm. Wille 9. Guck mal, 50-50. Hm? Hast du jetzt gesehen, wie viel XP das gibt? Äh, warte. Ja. Machen wir noch mal. Okay. Das macht doch fun. So, aber jetzt machen wir beide einen, den wir noch nicht hatten. Okay, warte. Was mit ihm? Was, den schwulen hier? Den? Ja. Jetzt war blöd, er gesagt, ja. Sollen wir den beide machen? Ja, aber dann verwechseln wir den wieder. Ich mach mal in blau. Sie sind so hässlich, ne? Warte mal, ich... Oh. Guck mal, jetzt gucken die sich so an, so. Sie schwuchteln, sie schwuchteln ein bisschen, so. So. Sie schwuchteln sich gegenseitig an. Dann nehm ich den, oder nicht. Ich hab aber keine Ahnung, was der für... Ich auch nicht. Gar keine Ahnung. Äh, lol, wie er seine Fresse so komisch aufreißt. Das ist ja komisch. Ich hab den noch nie gespielt. Oh, hä, lol? Oh, aber dieses Fledermaus-Geräusch geht mir jetzt schon auf den Nerven. Was für Fledermaus? Ihh! Weißt du jetzt welches? Ja. Ey, hallo, die trifft man ja nicht mit denen. Okay, dieses Fenster gefällt mir nicht. Die Axt. Ach, ich glaub das schon. Aber die hat eine kurze Range nur, ne? Ach. Der, der Punkt bei der ist, wenn du nah bist. Oh, lol. Nein. Genau, sie bei dem anderen. Nein? Bei mir grad nicht voll. Du musst weiter weg sein. Dein Gauchstorch. Tausch, wird weg und nimmt die andere. Ich probier's. Ja, besser. Das lief besser. Ja. Das lief besser. Hat er mich erst mal fast aus dem Leben gekickt, dieser. Oh, jetzt will ich es wissen. Mit Links-Klick ist diese Sichel besser da. Achtung. Ich benutze Links-Klick eigentlich nicht. Ich auch nicht jetzt, aber jetzt schon. Ich auch nicht jetzt, aber jetzt schon. Äh, also. Du weißt schon. Ich auch nicht, aber jetzt schon. Du, du machst mich fertig. Und mein Stuhl ist schon wieder selber runtergefahren, ey. Was ist das? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, der tritt mir in den Arsch, Alter. Hä? Oh, ich hab nix mehr. Ist da ne Waffe? Könnt ihr? Was ist das denn? Haha! Oh. Also rechts-Klick weiß ich nicht, was tut. Aber irgendwie, kein Angriff. Rechts-Klick? Also entweder ist damit der die aus der Luft. Oder der macht... Boah! Jetzt haben sie mich weggehauen. Oder der macht halt so'n, so'n, so'n Stun-Odem. Wahrscheinlich zu viel Klo-Block gefressen. In seinem Leben, der Junge. Kann sein. Passiert mir auch manchmal. Mein Gott, ey. Boah, ey, aber das ist nicht meine. Nee, der Typ ist nicht so geil, ne, zu spielen. Nee. Auf jeden Fall nicht für mich. Ich werde, ich werde den, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Der ist schwer, also... Mag sein, dass er gut ist, aber... Was macht das, was passiert denn, wenn ich nach unten drücke? Okay, ich hab's gar nicht ausprobiert. Wow. Ich pick den dann da raus, irgendwie. Hä, was ist mit dem? Die Zombies sind echt schlau. Die springen immer, ne? Äh. Aua, ich wurde aus dem Leben gekickt. So mit der Axt rechts klick, ist absolut, das kann man machen. Oh. Ach. Ach. was jetzt hab ich Eiscard aus der Luft gepflückt nur damit ich wieder diese Kack-Axe nehme habt ihr vorm Kopf ne die nicht oh, der hat sich verduppelt, der hat es gesehen Null dass ich in eine Fruchtfliege mache durch ok, ich bin raus geflogen ja warum treff ich nicht? das ist so ein Arschloch das ist so ein Arschloch ich bin raus der ist so schwer zu spielen das ist einfach nicht machbar mit denen irgendwie für mich voll Kopf ist scheiße voll doff ich muss da mein Glas wegstellen wow, new color unlock und dann so ein hässliches braun alter, da hab ich richtig Bock drauf so was spielen wir jetzt welchen der hat was langes ich weiß welchen du nimmst ich glaube ich nimm den ja jawoll das ist Stecher kannst du einmal ESC Pause machen? SC oder Enter war das glaube ich 3, 2, 1 ok ist egal wo bin ich da ich glaube das ist wel zu äh egal oh, what the fuck war das? weiss ich nicht ich will aber ne Waffe weiss ich nicht wo aha hast du das gesehen? ne nochmal oh das andere ist eigentlich verarsch dich so so, ich meinte das hier nice was war das denn? ja, aber ich treffe nicht Achtung und weißt du was ich jetzt mach? ich werfe die Waffe weg jetzt will ich die andere ich warte bis ich tot bin gesehn du hast aber einen langen Stachel ja er sticht da ordentlich guck mal und ich kann Hüpfen da wenden guck mal und Puff ich schieße noch ein Alter du hast sogar noch Antrieb in deinem Stachel ey richtig Premium oh oh wie sieht das oh hey was passiert? du hast einen rausgekickt und der da bei mir gelandet ist hat mich rausgekickt wow super hat sich gelohnt mhm 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 größer als meinen Stachel aber meiner ist Spitzer he 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 kann sich mit aufspießen he 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 oh hast du das gesehen? ich weiß zwar nicht wie ich das gemacht hab aber ich weiß das auch nicht du Aaaaa 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 neine lass mich lass mich hab meine Waffe verloren Oh Jetzt wirst du stacker mich Oh äh hast du das gesehen? nein ich wurde aus dem leben gekickt einfach die hat mich nach oben geboxt der Zombie Irgendwann gönnt mir nicht meine Waffe hier, oder was? Ja, dann wirf sie weg. Kommt schon, das nächste Ding. Hier. Das kannst du dir noch vom Kopf werfen, ne? Ahm. Boah, guck mal. Oh. Das ist nice, das gefällt mir mega.